guten abend und willkommen zum everquest let's play folge 13 immer noch vor zu tun aber diesmal in den etwas tieferen gefilten mit den triple abs da wo wir hingehören quasi jetzt muss interessant wird sag ich mal richtig wo du was zu tun kriegt anzeige mal gucken wann gut und wieder alles pullt ich bin gespannt bespricht auf jeden fall interessant zu werden das sind ja eine double absiel ja die beiden gelinken jetzt hier der rest ist auch trübler abenteuererfahrung 0 nach dem kampf hat man gerade weil dann fragen wir mal das teilen hast du noch das trifft sich fertig schluss also sie unten sieht man der abenteuer lebenskraft 0% was dahin läuft dass ich ganz normale abenteuererfahrung krieg wenn ich jetzt die kugel der konzentration verwende habe ich jetzt wieder 100 prozent lebenskraft und 200 prozent erfahrung so schnell kann es gehen sehr nützlich das ding hat er jetzt im cooldown von sieben tagen wenn wir in sieben tagen aber keine probleme ich mache sowas von kein schaden dass ich nicht noch mal so und ich hatte niemand von dir aber ich will alles können machen wir bedarf bis quest ok ich glaube ich bestimmt gleich noch mal ja ja ist klar habe ich schon ok jetzt kommen diese leben jungs die man noch brauchen noch mal ganz kurz ich guck gerade ob ich den quest vielleicht sogar tragen kann ich glaube ich glaube ich nie wenn ich sehr faszinierend wenn ich die zahlen darüber sehe das habe ich noch gar nicht erklärt mit den zahlen über den mobs noch gleich mal wenn da mit einem pullen müsste eigentlich gleich der fall sein und zwar sieht man jetzt über den jungs eigentlich nur das total dumm der steht scheiße ja das ist halt hier ein bisschen blöd weil die decke auch nicht so hoch also die grauen zahlen sind der mit von anderen leuten die jetzt er kommt vorbei also die grauen zahlen haben wir schon abgeklossen fehlen ja nur noch ein paar dann gibt mal gas so die grauen zahlen hatte ich gesagt sind die von anderen leuten also von daniel zum beispiel oder von seinem pet von daywalker die orangen sind meine die ziemlich niedrigen logischerweise eine gelbe zahl würde bedeuten dass wir von gut ruhen weil gut ruhen mein pet beziehungsweise mein söldner ist ja genau wenn die zahl doppelt so groß ist wie die anderen dann war es ein crit also ein kritischer treffen ich kann mich mit dem deutsch einfach nicht abwenden ja gerne mal hier lang ich habe keine ahnung mehr wo man jetzt am besten lang geht wie wir probieren das einfach mal hier glaube ich noch nie doch ich habe hier mal echt lange verbracht ja es war meine zeit wo ich die einen von her gelaufen da steht ja ich habe jetzt ein d akku hat das gar nicht schlecht fünf von zehn tempo da mal du bist ja dann gehen wir hier runter hier ist glaube ich ganz nette ah ja das ist das ist genau hier gibt es das ach so nur alles da uns es sieht man so auch doch wenn ein geld ist dabei sehr gut er kann halt irgendwie auch nichts ich sehe gut rum nicht hinter der tür ein kann ich halt auch nicht weil ziemlich sichtbar und so das war wieder für die kann wieso droppen die denn nichts mehr hier das ist ja echt ärgerlich die trocken schon auch nur für uns so welche rolle diese rolle hier muss man klicken ich nehme mal das erste jetzt einfach was orakel antonio da habe ich denn hier keine rollen quest ach meinetwegen hat auch da ja diese rolle hier dann was waren wir noch hier war noch mehr drin war hier nicht noch mehr dran äh ne die brauche ich nicht ach keine ahnung ich weiß gar nicht mehr welche quest hier überhaupt sinnvoll sind irgendwie war hier was ja ich muss mich halt herausfinden welches item davon oder wer hier sind die bücher ihr wisst ihm gibt ja ach so moment wie moment was du hast die geben was du hast vier sätze die das die die schriftrolle da gibt ja gibt drei verschiedene was erste direkt in orakelrobe der liandria gibt es auch noch ein staubiger des händlers was für name ist ein ohrring und hat ja gar nichts ich merke gerade ist völlig wurscht hier ist es trotzdem das andere nimmt es schon da buch des lebens ja das ist selten dann gibt ihm das lebens ist eigentlich nicht so soll ich mir ich gehe mal da rein weil das ist aber aber reingehen ist an der stelle blöd du musst nicht nö ich hab doch den d aggro jetzt das funktioniert eigentlich gut einfach reingehen direkt reinhauen und dann kriegt ihr alles gut rum juhu die haben hier keine questgegenstände gefunden oh exklusivte ruhe wie schön ist das denn mach mal auf guck mal der mit den day walker jetzt fast gekillt ach brigant wie toll ja super 18 int 18 aufstauers für mich ne schön ach ne warte mal das ist doch ja doch ist stoff aber erst ab 33 naja macht nix ja int ist innerstoff glaube ich äh doch ja nur wisst du kann er doch mal platte sein wegen inqui und templar also muss man gucken irgendwelche bücher hier sind zum ankrabbeln da das zum beispiel zum ankrabbeln äh ja sonst wüsste ich nicht was ich sagen würde das müsste ah das da da ist das ankrabbelbuch schönes bild übrigens schönes bild ihr haltet Macht was ihr haltet Macht euch mit euren golems vertraut ach das ist ein buch äh ja ne rolle bringt ihr was ja haus kannst du ein haus hinstellen naja ok gut sinnlos ja ah gut dann hätten wir den gang schon erledigt jup boah das ging ja ganz gut möchte ich sagen äh achtung respawn könnte ab sein gleich ne noch nicht komm her da rechts komm her genau gehen wir mal hier weiter ich muss mal die form ausmachen weil sonst sehe ich hier gar nichts äh rechts oben zuerst oder ach ne da kommen wir in die nächste Ebene wir gehen mal hier unten wo da ist also die gut tun die ist schon gut ja hier geht es halt jetzt bisschen weitläufiger in der sf oder sowas war es halt immer so ja bisschen haarig wo gehen wir jetzt lang ach hier ist ja alles voll was haben wir hier noch ich will erstmal runter gehen oder also jetzt geradeaus mal gucken da ach ne warte mal wir gehen nochmal kurz zurück weil da geht es doch nur zu der donnersteppe und da gibt es aber noch diesen einen diesen einen was sind das frosch oder was da drin ist hier in diesem raum da dieser böse raum mit den vielen einlagen wo man gleich alles zieht wenn man nicht aufpasst äh genau die waren ja alle gelingt zack weg ach genau wo man da hoch springen kann das ja toll ist was für dich neun ach wie das so toll wenn man endlich in die ah 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 brav verdammt ja kann ich alles haben ach ne das geht voll in die Hose das ist nur ne Treppe ich kann keine Treppen laufe ok meinst du jetzt in game oder es ist äh schon tragisch ja jedes mal schlage ich die Treppe runter wenn ich morgens aufstehe hier oben ist aber glaube ich nichts mehr da kannst du nur noch raus das wollen wir eigentlich richtig und wo steht denn eigentlich der nehmt unter dir das ist die mittelkröte da unten oder ja genau ach ach der kann ja gar nichts hihihi jihihi jihihi stirb grüte ab jetzt weiß ich willkommen und club aufbau ein handy ist aber sehr schön ich habe zwar ich würde auch mal nie drauf machen und macht beide bedarf junge die haben es gegeben da ja ich habe ja auch noch nicht er ist auch nicht damit wenigstens die bekommen so hier könnte ich schon wieder ein schild anziehen dann würde ich sagen raus hier aus diesem so dann wo müssen wir jetzt weiter ich verstehe die ebenen hier nicht so ganz muss ich einfach geradeaus oder ich hab's versaut ne koppel ist richtig so weiter genau dort dann machen wir erst mal den raum hallo na ist das die feine englische art neun von zehn so was haben wir denn hier drin ist kein plan ehrlich das ist auf der karte verzeichnen doch auf der karte ach geht's hier geht's doch irgendwo zum koch durch oder das ist doch was zu hauen ich bin mir ehrlich gedacht der koch müsste ja das ist nicht hier das ist irgendwo anders der ist und der ist unter uns links unter und da ist ja aber das ist hier in wassum ja ja genau wie sieht es dann eigentlich mit dingen aus zeit und so kann man ja meine ist meine meine wenn es sein muss wenn interesse ganz ruhig mache ich bedarf drauf ja war schon klar das ist gewinne deswegen dachte ich du kannst ja ja da gibt es hier was zum anklicken oder sowas nur letzte gibt scroll of anicht hieß hulti die quest für die götter quest nach götter haben auch noch nicht erklärt ich muss ganz ehrlich sagen ich habe mich da drauf darum auch nie geschätzt glaubt du hast das ich habe 50 gemacht und dann habe ich immer noch keinen sinn drin gesehen und habe aufgegeben also gedacht ist interessante sache früher mal würde ich sagen mittlerweile jetzt können wir eigentlich jups ich kann nicht gesehen kommen die hier warum ein cooles schild so also hier ist nichts mehr wo war das zum ankommen du hast du gesagt hinten rechts angeblich also das war ja nur für diese quest wahrscheinlich genau dann kann man wahrscheinlich auch nur an krabbeln wenn die köste hier geht es weiter jupen ist wichtig okay was haben wir dafür na der koch der koch nicht sichtbar ich hasse es nicht rein das klappt das land kann ja nicht so schlimm sondern hier der richtige koch kommt glaube ich erst später da muss man durch die wand laufen ich glaube genau so war es nie durch die wand ist das andere da ist zwar auch nimmt aber war das nicht der richtige koch weil das jetzt glaube ich nur so ein blaze oder ach so ja das kann natürlich auch sein was die manchmal raushaut oder ist das der negros ich glaube das ist beides mal so der der sk hat auch sonst können wir eigentlich hier muss glaube ich noch was drin sein genau hier kann nämlich durchlaufen nein hier rechts können wir durchlaufen durch das ding ja hier durch das feuer genau aber gehen wir noch weiter weil da muss auch noch ein name sein du hast die hallo sehr koch ist aber auch kein name das ist ja das ist tatsächlich noch leise heute wie du gesagt hast in so kleinen räumen ich hatte das wie die peste das ende ich kann mich hier nicht orientieren ich glaube hier voll gegen die wand und dann durch die feuerstelle und weiter geht es in den nächsten raum 80 geile raum ja der ist böse es war mir gut und könnte heftig werden ich ziehe die mal hier rein und dann schauen wir mal was ich hoffe es kommt richtig rüber in unseren let's place hier das ist wirklich in den dungeons hier extrem schnell geht das ist besser als alles kosten meiner meinung nach aber der schiff war das im end war ja ich versuche dir mal hierher zu können es könnte unter umständen sein dass wir jetzt einiges ziehen du hast das falsche markiert aber sonst nein ich wollte die zuerst hier so ok ich dachte weil damit direkt wenn wir nämlich ja die zieht das ja sowieso mit ihrem mit ihrem taunt von daher habe ich gedacht kommt ich würde sagen den holen wir jetzt gleich oder die sind ja alle gelingt wie gesagt ich halte ganz bestimmt nicht auf ok ich hau direkt haben seit zweieinhalb folgen nicht mehr im dreck gelegen junge ich hau direkt danach den akku raus damit sie auf mich gehen das ist super die gehen dann auch müssten eigentlich direkt auf auf gut rum gehen ja sieht auch so gut aus das ist ja genau das war sie nämlich schön die trippel abgezogen die gut und das war also gut gemacht super kann ja nur schneller gehen gleich 31 ohne verzierte kiste ja wenn es mal etwas muss ja mal was fallen hier so ab und zu bitteschön gibt es ja überhaupt nicht noch ein geiles teil warte mal das muss das muss ich mir auch gerade mal angucken wie das aussieht sekunde mal bitte kurz das sieht geil aus das muss ich unbedingt aufheben als wissensgegenstand also man sieht ja nicht der erschaffung ja also dass das muss ich mir aufhören der monteur dass das auch nimmt ich glaube nicht gut ja was machen wir ziehen wir mal die beiden zack genau kommt ja mehr wo wir gut tun jetzt hier gleich mal rein haut das sind eigentlich alles ziemlich problemlos kann hier nicht richtig markieren das ist so ein bisschen mein problem hier sind so viele mobs und so vier gegenstände jagen weise jetzt haben wir noch immer noch 63 prozent gut würde ich sagen den müssen wir ja können jetzt hatte das auch das doch nix so es will nur reinziehen was waren das was ich jetzt gekriegt habe zauber jeder mal mehr schlag ich jetzt immer den hier oben gesundheit dann wie sieht es mit der folge aus ich glaube wir haben jetzt schon ordentlich was auf dem kasten vielleicht sollten wir mal ein break machen und hier mal gleich nächsten teil stadt war kleines bisschen mehr als eben wir können hier durchaus eine pause machen ja haben wir hier kurzen hat dann machen wir das mal als gab es gleich